Ich denke, wir haben dort einen ganz wichtigen Beitrag geleistet für die Völkerfreundschaft, speziell zwischen Weißrussland und Deutschland. Am Nachmittag des 22. März 1943 fiel die erste Kompanie der SS-Sondereinheit Dirlewanger zusammen mit Kräften des Schutzmannschaftsbataillons 118 in Khatin ein. Die Nazis plünderten das belarussische Dorf, das rund 50 Kilometer nördlich von Minsk liegt, brutal aus. Schließlich wurden die mehr als 150 Bewohner in eine Scheune getrieben, die die Täter in Brand setzten. Menschen, die den Flammen zu entkommen versuchten, wurden niedergeschossen. Bei dem Massaker, das als Vergeltung für einen Partisanenangriff verübt wurde, gab es insgesamt 152 Tote, darunter 75 Kinder und Jugendliche. Die anderen Opfer waren vorwiegend Alte und Greise. Nur zwei Jungen, zwei Mädchen und der Dorfschmied überlebten. 1971 verarbeitete der belarussische Schriftsteller Alice Adamowitsch die Ereignisse in seiner Erzählung von Khatin, die der sowjetische Regisseur Elm Klimov als Grundlage für das Drehbuch von »Komm und Sie« nahm. Der Film kam 1985 in die Kinos. Während des Zweiten Weltkriegs haben Oskar Dirlewang als SS-Einheit und andere narzisstische Mörderbanden 628 Dörfer in Belarus niedergebrannt und rund 30.000 Bauern getötet. Seit 1969 befindet sich in Khatin eine Gedenkstätte. Repräsentanten der damaligen Deutschen Demokratischen Republik, Fidel Castro aus Kuba, sogar Richard Nixon aus den Vereinigten Staaten haben sie besucht, aber kein einziger prominenter Politiker der Bundesrepublik Deutschland. Vor genau 80 Jahren stand in Khatin die Zeit still. Die Geschichte der belarussischen Familien, die friedlich auf ihrem Land lebten, ging zu Ende. Diese Tragödie ist wie tausende ähnlicher grausamer Verbrechen während des großen Vaterländischen Krieges für immer in Stein gemeißelt und im Herzen des belarussischen Volkes verankert. Im Herzen des siegreichen Volkes, das stark und großmütig ist und verzeihen kann. Aus Deutschland machten sich etwa 50 Frauen und Männer auf einen etwa 1800 Kilometer langen Weg mit ihren Fahrzeugen, um an der jährlich stattfindenden Gedenkfeier teilzunehmen. Es war ihnen ein großes Bedürfnis, als deutsche Bürger dort zu sein und ihre Blumen niederzulegen. Einige Eindrücke schildert Bauunternehmer und Musiker Owe Schattauer, der für den Verein Druschba, was auf Deutsch übersetzt Freundschaft bedeutet, mit Organisierte und im Landkreis Neuwied wohnt. Fasziniert von den Menschen und von dem Land werden seit 2017 Freundschaftsfahrten organisiert. Ich möchte die Zeit nutzen, jetzt mal hier kurz auf dem Parkplatz, habe ich mich hingestellt, das Auto drapiert ein wenig, um ein kleines Fazit abzulegen, über die Tage, vor allen Dingen unseren 22. März, gemeinsam mit der großen Reisegruppe in Chattin. Das ist der 80. Jahrestag der Zerstörung des Dorfes Chattin. Und das ist der größte Gedenkfeiertag Weißrusslands, aller Weißrussen, der wichtigste auch. Wir wussten das und haben uns mental darauf vorbereitet, allein schon durch die Teilnahme der Trauerveranstaltung, Gedenkveranstaltung in Dremjovo, einen Tag vorher bei strömendem Regen. Es war klar, welchen schweren Gang wir nun den nächsten Tag nochmal gehen. Jetzt war ich zum vierten Mal in Weißrussland. Das Schöne war diesmal, diesmal fuhren unsere 13 Fahrzeuge, fuhren hin und trafen dort unzählige Weißrussen. Und egal, ich weiß, da waren auch Franzosen und ich habe noch einige Kennzeichen. Unser Luxemburger war auch dabei. Also Tschechei, Pohol, waren ganz viele dabei. Ein wunderschönes Fahnenmeer. Dann starteten wir dann doch meinen bisher größten Autokonvoi. Das zog sich lang. Man hat es nicht gesehen auf der langen Geraden nach Ratin, wo das Ende war. Auch wenn man mal in ein kleiner Hügel kam und in den Spiegel geschaut wurde, auf der anderen Seite, es war kein Ende zu sehen. Deutsche gemischt ineinander eingefädelt mit Weißrussen und allen Leuten fuhren gemeinsam nach Ratin. Das war schon schön, besonders. Dort angekommen, wussten wir erst mal, was da los ist. Sofort ein Fahnenmeer an der Gedenkstätte. Der Parkplatz voll, Reisebusse, Bewegung, Menschen, dann immer wieder kleine Zug-Militärleute mit Fahnen, Uniform, die am Parkplatz vorbeimarschierten, durch den Parkplatz im lockeren Marsch lang gingen, die sich alle, quasi die einen kamen, vom Blumen niederlegen, die anderen wollten ja noch hin. Ihr müsst wissen, wir waren erst um 14 Uhr oder ja, 14.30 Uhr da. Also sehr spät. Seit Vormittags, frühen Vormittag, begann das Ganze mit der weißrussischen Regierung. Der Präsident war da. Alles, was Rang und Namen hat. Tausend geladene Gäste. Und dann eben die ganzen normalen Menschen, kollektive Firmen, Pionier, Konsumol-Organisationen, andere Jugendorganisationen, Sportler. Alles legte dort Blumen ab. Und es war eine ganz besondere Atmosphäre. Und die Sonne schien. Die Sonne strahlte. Blauer Himmel. Es war perfekt. Es war perfekt. Und das haben auch nachher später alle gesagt, die dabei waren, es war irgendwo Dremlir, wo war eigentlich durch den Regen die ganze Zeremonie von tiefer Trauer besetzt. Aber hier war eine Mischung aus Gedenken, Feierlichkeit, Trauer, aber auch kraftvoll. Und stolz trugen die verschiedensten Generationen, Kind und Kegel. Wir müssen den weißrussischen Organisatoren danken. Konsumol, der Alexander Lukaniev, der hat die Blumen besorgt. Das fragen dann die Russen, wenn Deutsche da hinkommen. Wir besorgen für euch Blumen. Ihr müsst euch um nichts kümmern, die Grenze. Das ist eine unvorstellbare Gastfreundschaft angesichts der Verbrechen, die dort verübt wurden. Und nach dem Blumen niederlegen, etlichen Interviews, Violinmusik, klassische, traurige Violinmusik war größtenteils zu hören. Dann wurde die Hymne noch gespielt von einem Militärorchester. Das können meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ich glaube, das können nur die Russen und Weißrussen. Die zelebrieren das so. Und jung und alt erlebt das von klein auf an mit. Und niemand, das hat man gemerkt, dass niemand geht da hin. Muss ich jetzt wieder da hin? Auch junge Leute. Nur weil alle das wollen. Violinmusik, nee. Die gedenken in Würde und mit Respekt der Opfer des Faschismus, die dort ein Drittel der Bevölkerung einfach ausgerottet und umgebracht haben. Generalplan Ost. Raum fürs Volk. Die Ureinwohner umbringen. Ich nenne sie mal Ureinwohner. Die slawischen Völker umbringen. 25 Prozent der gesundesten und kräftigsten zum Arbeiten, Nutzen, wie ein Nutzvieh. Und dann der deutsche Herr, der deutsche Großgrundbesitzer. Das haben sie sich so vorgestellt nach dem Krieg. Weißrussland ist das Land mit den meisten Seen pro Quadratkilometer Fläche. Also auf der gesamten Landesfläche sind dort am meisten Seen. Auf der ganzen Welt. Und deswegen auch die Störche ist auch ein Symbol. Weißrusslands lieben dieses Land. Kleine Tümpel, Flachfrösche, blablabla. Alles perfekte Nahrungsgrundlage für die Störche. Und da haben sich die wahrscheinlich dann gedacht, die Gutsherren, da bringen wir die Urleute um. Die Slaven alle brennen ihre Dörfer ab. Und dann machen wir hier den Großgrundbesitzer mit angestellten Slaven. Wie die Kolonialherren mit angestellten Sklaven. Ja, das haben sie vorgehabt, die Großkotzherrenmenschen. Und wie konnten sie ihre bestialischen Pläne umsetzen? Indem sie die Menschen massakriert haben, verbrannt haben, wie in Ratyn ein ganzes Dorf ausgerottet haben. 200 Leute, 196 gestorben. Der Dorfschmied trägt noch, das ist das Symbol von Ratyn. Achso, der Dorfschmied hier, das ist eine riesengroße Skulptur. Der hält seinen Sohn, der noch irgendwie rauskommt aus den Flammen, aber schon halb verbrannt war, lebte wohl noch. Und der Vater zog ihn da raus und trug ihn selbst komplett fix und fertig von den Ereignissen und auch von den Nazis wahrscheinlich geschlagen und getreten, trägt er ihn raus aus dem verräucherten Flammenmeer. Und dann stirbt der Sohn des Schmiedes, das ist der Dorfschmied, der stirbt in den Armen des Vaters. Und das ist das Symbol von Ratyn, so wie die drei Frauen von Dremlivo. Und unsere Reise hieß eben gegen das Vergessen für eine gemeinsame Zukunft. Weil wir die Gräueltaten der Nazis, die ja ganz klar, ganz klar und deutlich aufgeführt sind. Das ist unser Flyer, den wir mithatten, mit den Fotos vom Winter, als wir da waren. Toll gestaltet von Silke Volkmann, von dem Volkmanns. Also unser Orga-Team war toll sowieso, danke. Das sind Fotos von uns. Wir waren ja an einem Tag, wo es nicht schneite, und an einem Tag, wo es schneite da. Das ist noch von einem Konzentrationslager. Auch eine Skulptur, ein Erschießungslager war das. Da haben die quasi im Schichtbetrieb die Nazis und Kollaborateure Menschen unzählige erschossen. Die wurden angekarrt mit den typischen Waggons. Hier ist diese Skulptur, die an die jüdischen Toten erinnert, mit Namen und an diesem Riss drin. Und dann haben sie die im Schichtbetrieb erschossen. Die waren in einer Scheune eingesperrt und hörten die Schüsse. Und dann mussten alle Sachen ablegen und dann kamen die da in diese Riesenscheune. Dort hielten sie sich noch auf und hörten. Also es war quasi der Wartesaal auf den Tod und hörten draußen die Schüsse. In diesen Massengräbern hin, zum Massengrab, weiß ich wie viele hingestellt, erschossen, reingefallen, die nächsten, der nächste Zug aus dem Wartesaal des Todes. Unvorstellbare Dinge. Und dann gingen wir zurück. Ich guckte immer wieder, na, das ist jetzt zu, das ist zu viel. Ist schon 13 Minuten. Ich kann nicht, ich muss nochmal, werde auch ein Interview natürlich machen mit, über dieses, über meine ganzen Empfindungen. Dann, wie gesagt, zurück, viele, viele, noch waren neugierig, Deutsche. Wir wurden registriert, wahrgenommen, aus den Augenwinkeln. Aber das war diesmal anders als in Dremlevo. Die Blicke waren neugierig, aber auch nicht, nicht negativ. Ein Zunicken auch und irgendwie, aha, Deutsche. Dremlevo war schwerer durch den Regen. Das waren auch sehr, also nicht, auch Blicke so. Das Museum, das am 22. März unter dem Himmel von Hathin eröffnete, ist ein Projekt, das die Erinnerung an die Schrecken dieses Krieges noch tiefer machen soll. Den Menschen blutet schon vor dem Betreten des heiligen Bodens von Hathin das Herz. Zur Gedenkfeier hört man eine Stimme aus dem Off. Vergesst nicht, über Jahrhunderte, über Jahre, vergesst nicht. Diejenigen, die nie wieder zurückkommen, vergesst nicht. Empfangt den bebenden Frühling, Leute der Erde, tötet den Krieg. Verdammt den Krieg, Leute der Erde, tragt den Traum über die Jahre und füllt ihn mit Leben auf. Und die, die niemals kommen werden, ich flehe euch an, vergesst nicht. Dann gingen wir in das neue Museum. Neu eröffnet, total beeindruckend. Ich sag immer, die Russen sind, die Russen, Weißrussen, sind die größten Künstler, was solche Orte, Museen, Batterie 35 auf der Krim. Wahnsinn, Volgokrat, Wahnsinn, Kurskabogen, Wahnsinn, egal wo wir waren. Dort stehen Skulpturen, da kommt Leben aus den Skulpturen. Du spürst den Schmerz von dem Schmied. Das schafft dieser Bildsteinhauer, Bildhauer, der schafft das in eine Bronzefigur oder weiß ich was zu gießen, dass die Seele da rauskommt. Das ist der Wahnsinn. Wir waren auch noch in Minsk am Militärmuseum. Da steht draußen ein Soldatensohn, der sich von seiner Mutter verabschiedet. Und da denkst du, die leben die Figuren. Also das ist beeindruckend. Und da siehst du die, da innen, ich sag mal so, das schafft wahrscheinlich nur die russische, weißrussische Seele, so viel Seele auch in die Trauer reinzubringen und das nach außen zu zeigen, das ist Menschlichkeit. Trauern um seine Toten spricht für tiefste Menschlichkeit und ordentliche Verarbeitung der Geschichte. Und das nicht vergessen. Gegen das Vergessen für eine gemeinsame Zukunft. Sie vergessen nicht, erinnern all ihre Enkel und Kinder daran. Ganz viele Kinder waren ja auch da. Ja, das darf nie wieder passieren und wir schützen unsere Heimat, das ist nie wieder passiert. Und ein stolzes, wunderbares, gut gekleidetes, stilvolles ins Museum. Total beeindruckend, werde ich auch noch drüber reden. Und dann raus und zurück. Und dann wurden wir eingeladen im Komsomol von Alexander Lukaniev. Lukaniev, der ist der Komsomol-Chef, haben ihn schon beim ersten Mal im November kennengelernt. Dort gab es einen runden Gesprächstisch aus verschiedenen Delegationen. Russen, Weißrussen, Polen, ich glaube Turkmenistan sogar, Nepal, Indien, lass mich nicht, oder halt Türkei. Und ja, und wir waren da an einem wirklich runden Tisch. Und ich habe dann gelesen, auf einem Fähnchen stand, auch sowas, wie wir bei den Mahnwachen hatten, ein offenes Mikrofon. Adkreuti Dialog, auf einer Fahne. So wie wir, offenes Mikrofon, haben die gesagt, einen offenen Dialog führen, international. Wo sehe ich sowas in Deutschland? Wo steht hier offener Dialog? In der UNO, offener Dialog. Da geht es ja nur die einen gegen die anderen, aber nicht miteinander reden, wie mein Song. Wie gesagt, das war toll, total interessante Beiträge, wunderbarer Abend, schön Essen im Restaurant mit der Gruppe. Nächsten Tag war dann ein bisschen separat, alle waren ja auch kaputt. Die einen einen Stadtrundgang gemacht in der Gruppe, Metro wollten alle fahren, wir sind auch mit der Minsker Metro gefahren. Und dann waren einige im Museum des großen Vaternändischen Krieges, sehr beeindruckend. Da braucht man aber vier, fünf Stunden Zeit mindestens. Ich war unterwegs mit Kayvan, Sufi Sierwasch und Dirk Pohlmann. Und eingeschenkt war der Chris dabei. Robert war mit den Leuten unterwegs. Und wer war noch? Meine Frau und unser Übersetzer, der Valera. Wir sind mit der Metro dann zum ersten Interview 630.000 aufrufen. Da kann man schon mal sagen, hat man einen Fußabdruck hinterlassen. Oliver Schneemann hatte dort ein Interview. Ja, die kannten einen dann schon. Und diesmal waren Oliver Schneemann, Dirk Pohlmann und ich nochmal dran. Jeder separat mit Fragen. Das kommt wohl nächste Woche raus. Und weiter ging es nicht zu Ende. Lecker gegessen. Ein Restaurant, weißrussische Küche. Total lecker. Dort gleich im Regierungsviertel. Für jeden nur zu empfehlen. Den Namen habe ich jetzt nicht im Kopf. Und dann ging es zum nächsten Interview. Spontan. Vormittags kam die Anfrage. Habt ihr Zeit? Kommt ihr noch? 14.30 Treffen am Museum Großer Vaternändischen Krieg. Da ist ja auch ein Riesendenkmal vorne dran. Und ich habe mal ein russisches Interview gegeben. Komplett russisch. Also wirklich politische Fragen. Komplizierte Fragen. Aber Valera, der mich jetzt auch kennt, der Übersetzer seit drei Monaten. Und auch meine Frau, die mich schon fünf Jahre kennt, sagte, Owe, das war dein bestes russischsprachiges Interview. Gleichzeitig sind alle beteiligt. Und ich werde euch auch später erzählen, warum. Sehr müde. Sehr k.o. Sehr kaputt. Es war sehr anstrengend. Aber so ist das nun mal mit Friedensarbeit. Wenn sie gelingen soll, dann ist sie auch anstrengend. Diese Tragödie ist wie tausende ähnlicher, grausamer Verbrechen während des großen Vaterländischen Krieges für immer in Stein gemeißelt und im Herzen des belarussischen Volkes verankert. Im Herzen des siegreichen Volkes, das stark und großmütig ist und verzeihen kann. Den Kern der an dem Verbrechen beteiligten Mannschaften bildeten Angehörige des Melnik-Flügels der Organisation ukrainischer Nationalisten. Kommandeur war Oberleutnant Grigori Vassiura, der bereits 1941 am Massenmord von Babi Jha beteiligt gewesen war. Er wurde 1986 in der UdSSR vor Gericht gestellt und zehn Monate später exekutiert. Die deutschen Täter wurden nie belangt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017